Wie ist es jetzt? Hallo? Hallo? Oh, scheiße. Oh nein. Oh mein Gott, das war noch unangenehmer. Ey, zuerst. Oh Gott, scheiße. Oh Gott, scheiße, ist das unangenehm. Oh mein Gott, ich habe noch nie so lange gebraucht. Oh mein Gott. Ey, am liebsten würde ich den Stream wieder ausmachen, wirklich. Das ist wirklich so peinlich gerade. Ey, das ist so unangenehm, Leute. Das kann ich nicht machen. Ich kann nicht Streamer sein und dann so dumm sein. Das geht nicht. Das ist unverschämt von mir, wirklich. Ey, ich habe zuerst, hatte ich mich bei... OBS gemutet, ne? Bei OBS hatte ich mich zuerst gemutet, ja? Und dann habe ich aber noch eine OBS-Einstellung falsch gehabt, Digga. Wie kann ich denn... Wie kann ich denn... Boah, bin ich... Boah, ich bin wirklich das größte Stück Scheiße, oder? Ganz ehrlich, Leute. Ich bin ja wirklich das größte Stück Scheiße. Das kann ja nicht angehen. Guckt mich mal bitte an. Schaut mich mal an, was für ein fettes Stück Scheiße ich bin, Alter. Alter, bin ich dumm. Ey, scheiße ist das... Boah, fuck. Fuck. Das tut mir weh. Ey, das tut mir wirklich weh, Junge. Fuck, Mann. Ey, ich komme rein, mache einen Killerwitz, denke mir, ich bin gemutet, wisst ihr? Digga, ich bin... Ich denke so, ich bin gemutet halt, ne? Fange dann zu reden. Sehe so, oh, ich bin noch gemutet. Drücke auf den Endmute-Knopf bei OBS. Rede so, rede so. Sag so, oh ja, haha, wie lost, wie lost. Bin dumm, Alter. Und dann komme ich rein. Und ich bin immer noch... Was ist das denn hier? Das ist ja auch alles falsch. Ist ja alles falsch hier. Das ist ja gar nicht mein Chat. Das sind ja abgeschnittene... Was ist das? Guck mal. Och, Leute. Kann doch mal einer schnell ganz kurz subben. No Bait an der Stelle. Aber guckt mal bitte. Ey, wieso guckt ihr meine Streams? Warum guckt ihr... Einmal mal noch ganz kurz einer... Digga, dann sieht man das hier. Das sind doppelte Sub-Alerts. Das kann doch nicht sein. Das ist alles kaputt hier. Ich musste mir einen neuen PC aufsetzen. Mein Main-PC ist kaputt. Puh, Digga, scheiße. Da, da kommt's. Da, guck mal. Was ist das? Hä? Das ist alles falsch. Ichinero, danke schön. Hä? Alles falsch, guck mal. Alles falsch. Das ist so dumm. Gigan, danke schön. Ey, das ist so peinlich. Das ist wirklich... Das ist so peinlich. Das ist so peinlich. Ich mach das jetzt hier aus. So. Wir machen es aus. Kein Chat heute. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Ey, fuck, man. Sorry. Wirklich dumm. Dun zu fintern ist. You are a bad girl. Ravendon. Darf, Revi, Lucifer, Lucifer. Der Falker TV. Dankeschön, Boris Habs. Ichinero, danke für deine 500 Bits. Gigan, dankeschön für deinen siebten Resub in Folge. Und Flojo, dankeschön, Bro, für deinen fünften Resub. Ey, Leute, ganz ehrlich. Nicht nur, dass ich ultra arrogant bin. Nein. Ich bin nur noch saudumm zugleich. Wirklich. Warum ist denn hier so ein Schleier? Guck mal, wie ich die Szenen wechsle. Das habe ich alles nicht so eingestellt. Ey, ein anderer PC, alles für den Arsch. Ich sage es, wie es ist, Mann. Ich sage es, wie es ist. Irgendwas ist immer. Das ist auch doppelt, der Sound. Der Sound war doppelt, gell, MHD. Boah, Digga, ich drehe hier durch, Mann. Danke für deine 2 Euro. Wenn du Reacts machst, schau dir bitte das neue Video von 4 an. Freunde von Tomry zum Thema Cutting.